Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu 7 days to die. Wir sind hier am zweiten Tag, am Abend und wir haben im Prinzip den ganzen Tag verkackt. Wir haben eigentlich nichts geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben nicht für Essen gesorgt, wir haben nicht für Trinken gesorgt und wir waren nicht beim Trader. So, essen muss ich jetzt erstmal was und wir müssen gleich unbedingt schnell noch versuchen, was zu trinken zu besorgen. So, zum Essen brauche ich jetzt erstmal einen Herd. Ich habe da immer ganz gerne so einen Klotz drunter. Und noch ein Lagerfeuer hinterher. So, Klotz, Lagerfeuer. Klotz kommt hier hin. Da kommt unser Feuer drauf. So, denn wir haben ja schon ein bisschen Fleisch. Ah, habe ich mich schon reingepackt. Die nehme ich mal mit, falls ich gleich doch noch ein bisschen Durst kriege. In der Hoffnung, dass ich mir nicht wieder den Magen verderbe, wenn ich die Juccafrucht esse. Also machen wir uns erstmal kurz für die Ausdauer, weil 42 Ausdauer ist zum Wegrennen ein bisschen sehr wenig. So, dann sind wir hier mal im Herd drin. Schmeißt man hier Feuer rein, also Holz. Und jetzt kann ich im Moment, weil ich keinen Topf, keinen Grill habe, kann ich nur verkohltes Wildbrett machen. Das soll mir aber erstmal reichen. Machen wir mal drei Stück. 43 Sekunden. Rest legen wir erstmal wieder weg. So, Federn haben wir genug. Steine ist schon wieder sehr mau. Holz auch am Ende. Das werden wir gleich noch wieder neu besorgen. Aber da haben wir ja am besten gleich erstmal irgendwo eine Küche einnehmen, also ein Haus. Craften wir uns noch ein paar Pfeile. Essen hier schon mal das erste Wildbrett. So, lass uns mal gucken, wo hier ein Haus ist. Da ist das Haus, was ich dann gerne später zur Zombie-Falle machen würde. Wäre natürlich sinnig, da anzufangen. Ja, ist das da vorne nicht ein Warehouse? Da müssen wir gleich mal gucken. AU ist allerdings nicht mehr viel Zeit. Nochmal ein Brett. Den Grill kann man dann auch ausschalten. Da würde jetzt noch drei Minuten laufen. Dann bleibt das Holz erhalten. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Tja, die haben auch gar keine Steine mehr. Na, Tankstelle brauche ich glaube ich nicht gucken wegen Herd. Was ist das hier? Auf jeden Fall ist Lieber drin. Ist das hier gleich eine Küche? Ah, die scheint nicht zu blicken, wo wir sind. Sehr gut. Jetzt hat sie uns doch entdeckt. Mach gleich der nächste auf. Die kommt gelaufen. Da haben wir sie schon. Das kann noch immer gar nicht sein. Aber schnell eine Stunde noch. Bis es dunkel wird. Bitte lasst es alles offen. Was soll ich vor? Nochmal noch ein Zombie. Mein Kopf zu nicht. Oh. Wie stellt sie denn? Jetzt noch 40 Minuten bis die Nacht hereinbricht und das sah alles nicht so richtig küchenmäßig aus. Ob wir da einen Top finden wage ich zu bezweifeln. Da hat zumindest was zu essen. Oh. Nein, leider, ich meine. Ja, das wird mir jetzt so heiß, ich gehe zurück. Ja, herrlich. Oh, hier sind wir hin. Wir haben hier Rezepte. Ja, jawohl, Chili-Hotdog. Oh, noch ein Electric Relay haben wir auch noch. Tja, jetzt fehlt uns noch ein Leder. Zum Glück haben wir wenigstens ein Wasser gefunden. Und da wir durstig sind, ziehen wir uns das auch gleich rein. Mal gleich schon. Ja. Ja. Boah, ich kann dann hier erstmal wieder nichts machen. Da würde ich sagen, ich schneide diese Nacht dann auch wieder raus. Dann bis morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Die Nacht ist jetzt hier gleich vorbei. Wir sind hungrig, wir sind durstig. Ich werde erstmal was essen. So eine Lampration. Dann nehme ich mir wieder die Jucca mit, falls ich zu durstig werde und doch nichts zu trinken finde. So, und ich habe mir in der Nacht überlegt, da sind sechs Trailer. Wir gehen mal dahin. Wir werden ja wohl da einen Topf finden. Na, Fackel mitnehmen, ist mir zu dunkel. Sicher ist sicher. Aber als allererstes brauche ich ein paar Steine. Na, gestern Nacht runtergeguckt, da habe ich da keinen einzigen Zombie gesehen. Kaum läuft man wieder los. Hat man gleich wieder welche hier? Hatte ich das schon? Ja. Ohhhh... Ich zei' dunkel hier! Ich zei' dunkel hier! Ja! Ah, das soll erst mal reichen. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben nicht einen Topf finden. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, wo sind hier ein Wasserturm in der Nähe? Da ist einer. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da drüben sind. So, dann gucken wir doch mal. Na, wenn ihr euch wundert, warum ich immer nur so ein bisschen laufe, weil ich so wenig ausdauer habe ich habe keine lust durch den hund down zu gehen die tür wird auf der anderen seite sein Gehen wir mal rum, ob wir hier was finden Das heißt hier oben ist was, oh tatsächlich, man kann aber auch Pech haben Am besten wäre es natürlich, wenn sie runterfallen würde, aber das macht sie nicht, sie ist nicht so blöd Da kommt die nächste Was ist das? Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kann ich ja nicht durch. Warum sie auch durch die offene Tür nicht rauskommt? Äh, ja. Zombies sind halt dumm. Wo ist sie denn? Äh, jetzt hat sie es endlich geblickt. Oh Gott, bin ich blind? Nee, das kann doch nicht wahr sein. Gib mir meine Pfeile. So, jetzt aber ran ans Wasser. Da sind wir. Da nimmt man sich einfach so eine Gläser. So. Das ist alles sehr schön. So. So. Da, gehen wir mal Wasser aufkochen. Da, gehen wir mal reparieren. Ja, lass die Ruhe. Ich bin durstig. Tja. 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 Und wir suchen überall rum. Tja. 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 das fleisch brauchen für irgendwas für medizin glaube ich alles wird mal zeit für eine neue kiste nehmen uns mal zehn nägel mit dann nehmen wir jetzt mal die große da bin ich blöd das wohl die mann mal ganze Medizin raus hier Essen raus Ako Klamotten nehmen wir hier auch raus und Baumaterialien auch kommen die Werkzeuge hier rüber so kann man mit dem topf eigentlich schon er bräuchte ich den master chief für aber wir haben noch einen punkt gekriegt als wir da beim friedhof waren wo ist denn der master chief das bestimmt hier ne Intelligenz da ist der master chief genau bacon and eggs können wir da nämlich auch machen sehr schön den nehmen wir mit und da sind sie schon Schinkenspeck und Eier einmal weil ich zwei Eier brauche aber das ist schon mal sehr gutes Essen zehn gehen nur noch auf einen stack das waren glaube ich auch mal 15 oder so so Saatgut packen wir mal hier unten hin alles was roh ist nach oben Honig und Trinken da fertige Medizin machen wir da hin zum craften hier Klamotten darüber Klamotten Mod und Baumaterial also Munition sieht schon gar nicht so schlecht aus 119 762 und 88 9 Millimeter Patronen damit kann man schon arbeiten so da wir trinken haben Essen haben brauchen wir jetzt unbedingt das letzte Leder da kommt er sich trotzdem dann jetzt dann 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 Prozent Prozent Warten wir noch auf unser Hammond Egg und das Zielwort auch gleich rein Das wird gleich ordentlich Power geben auf Essen Also diese richtigen Gerichte, die hauptsächlich sich hier unten befinden die machen einen natürlich deutlich satter wie alles das, was hier oben ist Bis auf jetzt Schinkenspeck und Eiern ist hier hochgeflogen, weil ich das jetzt schon kochen darf Ja, trinken 96, Essen geht immer noch nach oben Sehr schön Trinken, kommt hier rein 6 mitnehmen müssen reichen, dann können wir, wenn wir welche finden, die noch draufstecken So, jetzt Leder besorgen Och, Mensch, lass mich doch einfach mal ruhig Zombies, ich bin nicht nur für euch da, ich muss ab und zu mal was anderes machen So, mein Durchfall hat sich irgendwie verstärkt Alter, nicht etwa durch Hammond Egg Ich hoffe mal nicht Doch, ist dein Kopf weg Weil, wäre irgendwie so ein Wildschwein oder so, gar nicht so schlecht Last Pistole Läder Binn W 2 A Binn A Binn Was ist das? Was ist das? Da wären Hase, aber wie gesagt, solange das nicht dringend ist, nehme ich keine Hasen. Da ist jetzt hier wieder ein ganz neues Gebiet, also wir hatten ja jetzt schon das Waldgebiet, Wüstengebiet, dann dieses verfallene Gebiet. Das ist jetzt dann hier das komplett verbrannte Gebiet. Übrigens, gar nicht so schlecht für Vogelnester, die sieht man hier nämlich viel besser. Ja, komm her. Und hier hätte ich mir unter Umständen auch ganz gut Wasser besorgen können, muss jetzt nicht sein, aber ganz oft bei diesen Häusern hier, diese verfallenen, obendrauf ist so ein Wasserbottich. Genau, da steht nämlich auch einer. Aber ich habe den auch schon oft am Anfang gelootet und da war immer nichts drin. Aber da gehen wir mal hoch, mal gucken. Manchmal sind auch ganz geile Medizinsachen drin. Wir nehmen hier den Frameblock anstatt Leitern, den können wir zwischendurch nämlich dann immer wieder mitnehmen. Ja, wie gesagt hat der Medizin. Spiritus. Also ich habe bestimmt, als ich den durchvergesehen habe, habe ich bestimmt Spiritus gesoffen. Ja, und nichts drin. So, das Vogelnest nehmen wir noch mit hier. Und dann wäre es das schon wieder für diese Folge. Ich hoffe ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.